So, willkommen zu einem neuen Pokemon Essentials Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie ihr Items an bestimmten Stellen platzieren könnt, bzw. ihr kennt das ja im Pokemon-Spielen, dass da Poke-Bälle irgendwo rumliegen und man die aufheben kann und man dann Items bekommt. Und zwar, als erstes brauchen wir, werde ich mir für dieses Event hier wieder was kopieren, das ist eigentlich immer das selbe Prinzip. Und das geht so einfach am schnellsten, ich werde jetzt hier, sagen wir jetzt mal, die Stelle hier in Sonderbonbon hinpacken und, ja, jetzt spielt hier gerade jemand Dota 2, wow. Und zwar ist das hier in diesem Beispiel ein Superball, ihr müsst einfach nur dieses Event hier öfters kopieren und wir können hier einfach aus dem Superball Rare Candy machen und dann gibt es dann Sonderbonbon. Wie ihr genau die Namen für die Pokemon, also für die, äh, Dings, für die Items wissen könnt, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht in den PBS Dateienordner und unter Items und ihr seht euch hier diese groß geschriebenen Namen an. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt hier Dawnstone statt Rare Candy hinschreibt, findet ihr hier einen Funkelstein oder wenn ihr Miracle Seed stattdessen statt Rare Candy dahin macht, findet ihr Wundersaat in einem Item. Das sind also die ganzen Namen, die praktisch, wenn die da drinstehen, erkennt das Spiel, dass genau dieses Item dann gefunden wird. Wenn man zum Beispiel Metal Code in der Script schreibt, findet man den Metallmantel und, ja, das sagt praktisch dem Spiel, okay, Ende Pokéball ist ein Metallmantel, also kriegt der Spieler einen Metallmantel. Ziemlich einfach gestrickt eigentlich und ist jetzt nicht gerade schwer, ich wollte es euch aber jetzt nur mal zeigen. Und dann werde ich euch gleich auch noch zeigen, wie ihr es machen könnt, dass eine Person einem ein Item schenkt. Ich gehe jetzt einfach mal, ja, Bakt hier halt immer noch rum, aber ich gehe jetzt einfach mal hier hoch und sage jetzt einfach mal, hey, User found one Sonderbonbon. Gut, der Name, der ja nebenstand ist nämlich schon auf Deutsch übersetzt, deswegen findet man jetzt ein Sonderbonbon. Ist übrigens auch im Beutel, nicht nur der User. Nein, ich gehe auf Back, so, und hier unter Medicine ist ein Sonderbonbon, ein energierreiches Bonbon. Und das Level eines Bonbon da auch zum 1 anhebt. So, jetzt werden wir ja selber machen, dass eine Person uns ein Item schenkt. Und zwar machen wir zu einmal eine Person, zock, zock. Wie nennen wir die denn? Wie nehmen wir die vorher einfach mal? Und sie sagt einfach mal, hier hast du ein Item. Ganz einfach gestrickt. Und was wir jetzt brauchen, ist eigentlich nur das Script kernel pb-item-ball-items-rack-candy kopieren. Das Ganze hier mit dem Conditional Branch ist eigentlich nur dafür, dass sobald das Item aufgehoben wird, verschwindet der Itemball. Ganz einfach gestrickt, wenn ihr ein verstecktes Item machen wollt, wirklich ein Item, was man nicht sehen kann, müsst ihr einfach die Grafik des Itemballs hier wegnehmen und das Ganze klappt auch. Das heißt, wenn ihr das Item wirklich irgendwo verstecken wollt, ohne dass da irgendein Itemball liegt, ein ganz verstecktes, was man per Detektor finden kann. Gut, wir machen jetzt mal Insert und ein Script rein und fügen hier kernel pb-item-ball-items-rack-candy ein. Okay. Und dann machen wir hier noch kurz ein Control-Self-Switch-A gleich on. Oder sie sagt einfach mal davor noch, was ist ich? Ich hoffe, dass dir das Item etwas bringt. Ich hoffe, dass dir das Item etwas bringt. So, dann geht es selbst mit A on. Dann machen wir eine neue Eventpage. Nehmen wir dieselbe Frau hier nochmal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die aussah. Muss ich kurz mal suchen. Ja, ich habe das bei D. Oder? Ja. Dann machen wir hier Self-Switch-A ist on. Das heißt, wenn der angeht und man sie nochmal anspricht, kommt das, was hier steht. Und dann fragt sie einfach mal. Und hat dir das Item etwas gebracht. So. Ich nehme jetzt diesmal keinen Sonderbombom, sondern was nehme ich? Ich nehme einfach mal, wo war der Metallmantel? Hier, Metal-Code nehme ich jetzt einfach mal, just for fun. Ach man, was mache ich denn hier so? Edit den Metal-Code hier rein. So. Und jetzt gibt es uns einen Metallmantel. Ganz einfach gestrickt. Jetzt einfach mal hier hoch. So, so. Hier hast du ein Item. Dieser Found-One-Metallmantel. Ja, gut. Und hat der das Item etwas gebracht. Ja, das war gerade ein bisschen blöd mit dem Found-One-Metallmantel, aber gut. Jo. Und was ich jetzt gleich noch einfügen will. Ich weiß jetzt gerade, dass es nicht mehr auswendig ist, wie das Ganze gemacht wird. Aber, wenn man den Metallmantel im Beutel hat, soll etwas Bestimmtes passieren. Das werde ich jetzt hier beim Typen hier machen. Nehmen wir den hier jetzt einfach mal. Ich werde jetzt ganz kurz pausieren und nochmal nachgucken, wie ich es in meinem eigenen Spiel gemacht habe, weil ich das jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß. Aber ich gucke jetzt kurz mal nach und wir sehen uns gleich wieder. So, wieder da. Wow, ich habe jetzt hier noch mein Spiel offen. In meinem Spiel habe ich das Ganze anders geregelt gehabt. Das ist mir gerade aufgefallen. Da habe ich das Ganze mit Switches gemacht, aber ich will es jetzt mal ohne Switches machen, sondern wenn man das Item wirklich hat, weil man kann es ja auch in dem Fall hier verbrauchen. Und zwar sagt er, Wenn du das Item Metallmantel hast, schenke ich dir ein Switchlor. Ausrufezeichen. Einfach mal so. Und dann werden wir jetzt erstmal ein Script einfügen. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Ich habe das Ganze nicht ausprobiert, aber Ich werde jetzt einfach mal so machen, dass die Spielvariable 42 der Anzahl an, nicht an Potions, das habe ich jetzt gerade kopiert, an Metal Coat hinzugefügt wird. Metal Coat, so. Und ich werde jetzt einfach mal kurz die Variable, ich werde jetzt nicht aktivieren, aber jetzt gucken, Variable 42, jetzt einfach mal Metal Coat nennen. Da brauche ich jetzt kurz mal Metal Coat. Aber der Variable 42 wird das jetzt zugewiesen. So. Dann. Conditional Branch. Wo haben wir es denn? Variable 42 ist Greater than Ist größer als 0. So. Jetzt. Wenn das, wenn man mehr als einen Metallmantel hat, dann will ich es jetzt, äh, dann gibt er einem praktisch ein Sichlor. So. Wie war das gleich nochmal mit dem, ich muss das Pogonscript, das muss ich mir immer mal wieder raussuchen. Das ist, ich merke mir das nie. Aber im Endeffekt ist das auch nicht wichtig, dass man sich das merkt, weil man kann es nicht, wie gesagt, immer wieder rauskopieren. Und, ja. So. PB at Pokemon. Copy. So, ähm. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie sichlor auf Englisch heißt gerade. Kurz mal gucken. Aha. 120 oder 130 war es irgendwie. Ich weiß jetzt gerade nicht. Mr. Mime Sither. Okay. Kopieren einfach. Er gibt uns also dann ein Sichlor Level 5. Else. Sorry. Aber du hast keinen Metallmantel. Sorry, aber du hast keinen Metallmantel. Davor schreibe ich zum Ende noch hin. Du hast, du hast ja einen Metallmantel dabei. Hier hast du ein Sichlor. Ja. Mal gucken, ob das Ganze klappt. An sich dürfte es eigentlich klappen. Ich hoffe es doch wirklich. Ich mache das hier gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Aber man probiert ja gerne mal immer neue Sachen aus. Eigentlich dürfte es Ganze klappen. Ich spreche jetzt mal an. Das Element Hammer da schenke ich dir an sich lo. Okay. Das Ganze klappt schon mal nicht. Dann werde ich kurz mal gucken, woran das lag. Bis gleich. Ich, bevor ich euch jetzt sage, was ich geändert habe, sehe ich jetzt kurz erstmal gucken, ob das Ganze jetzt klappt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das Ganze jetzt klappt. Ich hoffe es doch. Einfach gucken. Nee, warte mal. Das habe ich jetzt ungeändert. Aber, warte mal. Ich teste jetzt erstmal auf, ob das Ganze überhaupt klappt, wenn wir einen Metallmantel haben. Das dürfte, ich bin mir nicht so sicher, ob das klappt. Das ist ein Item. So, mal gucken, ob das klappt. Okay. Was macht der hier falsch? Wrong number of arguments. Hmm. Es scheint. Message. Evil one. PB quantity. Wrong number of arguments. Okay. Ich mache das immer wieder weg. Oder ist es ist gleich, Doppelpunkt gleich. Nee, eine Zuweisung dürfte das sein, dann dürfte es doch Doppelpunkt gleich sein, oder? Ich gucke mal, ob das Ganze klappt. Ich meine, der Variable 42 wird ja praktisch zugewiesen, welches Item man hat. Okay. PB get 42 stand da jetzt. Es scheint schon mal auf dem richtigen Weg zu sein, was ich vorhabe. Gut. Gut, und wenn ich jetzt hier Metal Code, so wie das Ganze heißt, weil ich PB quantity Metal Code dann hier auch nochmal Doppelpunkt gleich mache. Eben hatte ich da, glaube ich, irgendeinen Fehler drin. Dann dürfte das Ganze auch klappen, oder nicht? Oder war das eben der Fehler, dass ich da an einer Stelle Potion noch stehen hatte? Okay. Aha. Aha. ach so ja ich verstehe es ich verstehe es ich verstehe es klammer auf immer zu zeilen beginnen jawohl jawohl das wird einfach viel zu lang und das war wahrscheinlich der fehler das problem hatte ich schon mal die klammer auf musste man die folge zeile jawohl okay ich versuche jetzt auch mal das ist gleich weg zu machen auch man vielleicht ist doch nicht doppelt und gleich mal was ist denn das so was steht jetzt okay ich weiß jetzt nicht was ich genau falsch mache aber ach ich muss das wahrscheinlich erstmal ermitteln bevor ich überhaupt auch aber eigentlich dürfte das doch auch möglich sein das ganze zu machen wenn ich das dann erst ermitteln nicht bevor ich das eigentlich dürfte es doch dabei schon ermittelt werden ich meine ich habe mädelkotten nicht im beutel an sich dürfte es dann bei mal habe ich hier nicht mehr conditioninni bremsz Vielen Dank. Alter, das ist gerade schon ziemlich blöd. Was ist, wenn ich das jetzt wirklich wegmache? Das wäre dann praktisch wieder wie am Anfang. Aber nur damit, dass es direkt am Anfang, oh Mann. Wenn nicht, mache ich das Ganze einfach mal mit Switch, wobei es halt blöd ist. Okay. Er gehe hier gerade irgendwas von einem Array, aber. Warte mal. Das soll doch eigentlich Variable 42 dann nehmen. Warte mal. Äh, da wird doch praktisch der Variable A42 dann die Anzahl an Metallmandeln zugewiesen oder nicht. Na gut, ich gucke mal nach, was ich da machen kann. So, ich habe den Fehler gefunden. Eigentlich war der Fehler total einfach. Und das Ganze ist nur durch, na sagen wir mal, nicht ein Fehler auf der Seite entstanden, sondern ganz einfach. Ohne mein Wissen ist vor längerer Zeit schon eine neue Pokemon Essentials Version rausgekommen. Und genau in dieser Version haben sie praktisch hier dieses PB, äh, genau bei dem Script hier, beim Pokemon Back, äh, Punkt PB Quantity, dieses PB Items etwa. Das heißt, es muss da nicht mehr hin in der neuesten Version. Und das, genau das wusste ich nicht. Ich wusste weder, dass eine neue Version raus ist, noch, dass, äh, noch habe ich in dem Moment daran gedacht, dass normal immer PB Items hier vorsteht. Daran habe ich in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Und ich habe die, die wildesten Sachen hier ausprobiert und nichts hat geklappt. Und jetzt habe ich zufällig halt gesehen, dass Pokemon Essentials 14 draußen ist. Und habe mir die Neuerungen durchgelesen und habe dann genau gesehen, dass bei diesem Script hier, Pokemon Back, Punkt PB Quantity, das PB Items nicht mehr nötig ist. Also habe ich jetzt das Script, wie ich es anfangs hatte, nochmal hingemacht und das PB Items hingemacht. Und jetzt scheint es auch zu funktionieren. Das war gerade so ein Wirrwarr. Ich hatte gerade keine Ahnung mehr, was ich versuchen sollte. Und dann ist das mir da zufällig aufgefallen. Und ja, das Ganze klappt jetzt einfach so. Wenn du das Item Metallhantel hast, schenke ich dir ein Sichloh. Sorry, aber du hast keinen Metallmantel. Gut, hier hast du ein Item. Jo, jetzt kommen wir mit einem Metallmantel und... Wenn du das Item Metallhantel hast, schenke ich dir ein Sichloh. Du hast ja ein Metallmantel dabei, hier hast du ein Sichloh. Ne, ich gebe ihm keinen Spitznamen. So. Jetzt geben wir ihm aber das Item nicht weg, ist ja das. Das heißt, wir würden unendlich sichlos kriegen. Wir könnten es jetzt noch so machen, dass man ein Item weggibt. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr nehmt ja einfach das PB-Bag.PB-Delete-Item. Sonst würden wir unendlich sichlos kriegen. Ja, im Endeffekt würden wir das und das wollen wir nicht. Deswegen deleten wir einfach den Metal-Code danach. Und dann dürfte das Ganze nicht mehr gehen. Oder wir machen, das würde mir sogar besser gefallen, weil den Metal-Code brauche ich mir ja theoretisch noch zum Weiterentwickeln. Wir fügen hier einen Switch ein. Ne, ein Self-Switch. Self-Switch. A ist on. Und wenn er on ist, sagt er einfach, Du hast schon Einsichtloh. Du brauchst keins mehr. Du brauchst keins mehr. So, mehr sagt er dann nicht. Dann muss ich hier die Graphics noch kopieren, ganz kurz. Und ich denke mal, für das nächste Mal überlege ich mir erstmal auf Pokemon Essentials 14 zu updaten. Mein eigenes Spiel müsste ich eh noch updaten. Sofern aktuell habe ich an sich gar keinen Bock irgendwie kriege, beziehungsweise auch gar keine Zeit richtig weiterzumachen an meinem eigenen Spiel. Ich muss da so viel machen, aber im Endeffekt habe ich null Zeit dafür, ist das Problem. Ich könnte es theoretisch machen. Das Problem ist ganz einfach. Ich muss die Story überarbeiten. Ich muss alles nochmal komplett überarbeiten. Jetzt nachdem Omega-Ruvin und Alpha-Saphir mir da von meinem Story-Gedanken alles zunichtig gemacht hat. Ich brauche ein neues Team. Ich brauche neuen Professornamen. Ich brauche alles neu machen. Grafiken nochmal alles überarbeiten. Und aktuell ist das einfach viel zu stressig, wenn du nebenbei bald noch Abi schreiben musst und alles. Und aktuell geht da bei mir überhaupt nichts bei meinem Spiel. Und dann werde ich jetzt erstmal wahrscheinlich auch, bis ich das Abi geschrieben habe und bis der ganze Stress da vorbei ist, auch nicht mehr weiterarbeiten. Aber ich denke mal, sobald ich dann irgendwann wieder Bock habe, werde ich definitiv weiterarbeiten. Aber aktuell geht da gerade gar nichts. Kann man, denke ich, mal verstehen. Auf jeden Fall. Hier habt ihr jetzt übrigens auch gesehen, falls ihr ein Item löschen wollt aus dem Beutel, könnt ihr einfach dieses Pokemon Back PB Delete Item nehmen. Dollar natürlich davor. Gut. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ist wieder länger geworden, als ich es eigentlich wollte, weil mal wieder was dazwischen kam und es mal wieder nicht anfangs geklappt hat, wie es sollte. Aber gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ihr neue Basis-Items einfügt. Und ja, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich habe gerade Pause gezogen. Was mache ich denn da? Ja, also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.